So, jetzt suchen wir jetzt mal, jetzt suchen wir ernsthaft, ernsthaft mal einen Server, okay? Highlife, keine Allowless, okay. TeamSpeak, TS.HighlifeRP, ah, da bin ich schon gebannt, ne? Ne, ne, bin ich nicht gebannt, nice, alles klar, dann gehen wir auf Highlife. Da habe ich ganz am Anfang versucht, sogar ernsthaft RP zu betreiben. Da habe ich ernsthaft versucht, RP zu betreiben. Wahrscheinlich. Highlife Roleplay, du wirst verbunden, let's go. Mensch, was ein Start, was ein Start. Oh, Medic, was ist passiert? Keine Ahnung, sie lagen hier plötzlich. Eine Frage. Ja. Sie sehen ja, ich bin Officer. Äh, Medic, wo ist Ihr Dienstwagen? Bitte? Wo ist Ihr Dienstwagen? Äh, da hinten, warum? Zeigen Sie mir denn mal bitte. Äh, sind Sie damit schon gefahren? Warum, ja. Dürfte ich den einmal reparieren? Ja, reparieren gerne. Ja, natürlich, dann machen Sie mal auf, dann kann ich mich reinsetzen, ich habe einen Kasten dabei. Ja, müsst ihr abbezahlen. Tschüss. Das ist aber auch so Standard, ne? Oh, oh. Oh, äh, hallo, ist alles in Ordnung? War nicht angeschnallt. Aha. Hä, warum denn Fail-RP? Aber, warum denn Fail-RP? Hä, ist der dumm? Aber auch kein Fail-RP. Aber die kennen mich doch. Warum Fail-RP? Support, Warteraum. So. Ist hier ein Supporter anwesend überhaupt? Hallo? Digga, haben die keinen Support? Ist hier, ist hier kein, also... Ah, Ticketsystem. Ich glaube, man ein Ticket fürs Donaten erstellt. Mal gucken, ob das schneller geht. Willkommen im Support. Kann ich dir weiterhelfen? Äh, Entschuldigung. Ja? Ja, ich wurde soeben gekickt für Fail-RP. Was soll denn das? Gekickt für Fail-RP? Das müsste dann wahrscheinlich einen Grund haben. Ja, ich habe einem Medic das Auto geklaut. Ah, der ist ja selber schuld. Der hat sich RP'n lassen. Dann habe ich es geklaut. Pech gehabt. Nein, das darfst du ja nicht. Wie? Wie ein PD-Auto klauen. Warum? Der hat sich doch RP'n lassen. Der ist doch selber schuld. Ja, du darfst trotzdem kein Auto von einem Medic, beziehungsweise von einem PDler klauen. Und was hat das für einen Hintergrund? Äh, falls der Medic wieder hingebracht wird oder da aufwacht und er sein Auto nicht hat und er einen Notfall hat, kann er nicht wegfahren und muss erst zu einer Garage, beziehungsweise runter in die Garage laufen beim MD und erst mal sein Auto holen. Ja, richtig. Aber das ist doch Rollenspiel. Das ist doch richtig so. Das macht man doch im echten Leben auch, oder nicht? Ach du, Klaus, also im ehrrichtigen Leben auch ein Medic-Auto einfach so? Ja, natürlich. Ich habe mich rausgemooppt. Ey! Entschuldigung. Äh, entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, dem geht es gut. Entschuldigung, was fand ich? Dankeschön. Tschüss. Alter, irgendwas stimmt nicht mit dem Auto. Das hat so komische Drift-Eigenschaften. Kann auch sein, dass die Würfelparks spawnen. Äh, bitte? Hä, was ist denn spawnen? Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht mit Absicht. Das passiert einfach. Oh! Officer! Officer! Warte ganz kurz. Wie, warte kurz. Officer! Hallo! Officer! Sie sehen ja, ich bin Praktikant. Ja. Ja, dürfte ich mir Ihr Auto ausborgen? Wofür? Um einen Fall zu verfolgen. Ich bringe ihn sofort wieder. Ja, mach. Dankeschön. Was? Das funktioniert? Ich bin immer noch verblüfft, dass das funktioniert hat. Er hat gesagt, ich darf es mir ausborgen. Ich habe gesagt, ich bringe es sofort wieder. Aber sofort ist in meiner Definition in einer halben Stunde. Also braucht mir gleich keiner zu kommen mit, äh, 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 dürften keine PD-Autos klauen. Ich hab's ja nicht geklaut. Ich bringe es ja zurück. Zwölf Sekunden später. Ey! Was soll denn das? Nein, nein, nicht so. Äh, äh. Hör auf. Ja, ich will mit dir reden, oder? Nee. Nee, 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 äh, äh, äh. Du lässt mich jetzt sofort wieder hier runter. Du lässt mich jetzt wieder runter. Nürnst, das kann so nicht weitergehen. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt, darf ich mir Ihr Auto ausborgen? Er hat gesagt, ja. Ja, ich bin Zeuge. Trotzdem. Wie trotzdem? Dürfte ich ihn nicht einfach so nehmen. Wir haben ja Nachfrage. Er hat gesagt, ja, nimm es. Habt ihr einen Clip? Ja, hab ich. Ja, haben wir. Dann, ab und zu kurz. Klippt das jemand? Kann das jemand clippen? Wie alt bist denn du, wenn ich fragen darf? Das kann ich gar nichts an. Ich bin neugierig. Ja, das ist schön. Ja, das ist nur Neugier. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ja, ich werde die aber nicht beantworten. Was ist denn eigentlich mit meinem Streamer-Rang passiert? Wo ist denn der hin? Kann es sein, dass ich dich käme? Ich war mal Polizist. Dass du wirklich mal um PD gearbeitet hast. Ja. 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 Ja, wo ist der hin? Streamst du gerade? Nein. Das ist auch so. Ach, danke für die Lüge. Welche Lüge? Ja, trotzdem machst du bitte den Stream jetzt aus. Was soll ich machen? Machst du den Stream jetzt bitte aus oder du stimmst ja. Warum? Nö, will ich nicht. Du hast dich ja dazu entschieden, das hier zu intervenieren. Packst uns jetzt zurück zu dem PD-Auto. Und dann warst du es. Ja, du warst das letzte Mal. Aber es ist doch eindeutig. Was ist denn da so schwer? Er hat gesagt ja. Ach. Komm. So, ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, dann bin ich jetzt. Ich lebe. Hä? Ich habe God-Mode. Hä? Hä? Ich habe God-Mode. Was? Ich habe God-Mode. Hä? Hä? Ey, stopp. Raus da. Ey. Haben sie... Äh, äh, nein. Stopp. Nein. Ich will das nicht. Tschüss jetzt. Hä? 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 Nein, ich will nicht eingefroren werden. Hallo. Hören Sie auf? Nein. Nee. Ey, Mann. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Er hat gesagt, ja, du darfst dir das Auto ausleihen. So, ich habe es genommen. Und jetzt kommst du hier an und sagst mir, ich darf das nicht. Nein. Und das Medic-Auto? Kannst du mal gerade... Ich höre dich schlecht. Kannst du mal einen Meter rankommen, bitte? Das Medic-Auto? Oh. Da habe ich dich wohl auf den Arm genommen. Oh, oh. So, du kriegst gleich einen Permaband. Oh, nein. Nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid. Nicht Permaband, bitte. Ja, was willst du dem Medic-Auto sagen? Ja, das ist mit dem Medic-Auto blöd gelaufen. Das stimmt. Nein, das war auch kein Fail-RP. Das ist einfach doof gelaufen. Ich habe gesagt, schließen Sie auf. Lassen Sie mich rein. Er hat gesagt, ja, okay. Außerdem kennt sie den Begriff des Flunkerns. Oder ist Flunkern hier verboten? Darf man nicht lügen? Oh. Da habe ich dich wohl nochmal auf den Arm genommen. Sorry. Ey, bitte bann mich nicht. Bitte nicht, okay? Ich muss hier spielen. Das ist wichtig. Ich lasse dich sogar wieder runter. Ey, ich hoffe, der bannt mich nicht. Ich muss doch hier spielen. Was erzähle ich denn meinen Freunden, dass ich auf Highlife gebannt wurde? Nein, das geht nicht. Dann werde ich ausgeschlossen von meinen Freunden. Kennst du eigentlich einen Lick? Wen? Kennst du eigentlich einen Lick? Lick, ja. Lick mal Hoden, du Drecksack. Tja, bin ich wohl auf Highlife geflogen. Dann brauchen wir den nächsten Server. Macht nix. Nächster Server. Novoline.cloud. Novoline.cloud. War ich da nicht auch schon drauf? Äh. Oh. Geil, ich fühle mich schon wie im Zirkus. Dankeschön. Ach, guck mal, wie viele schon hier sind. Äh, gehören sie alle zu der Winkler-Crew? Natürlich. Ja. Aber das ist Viggi. Ja. Oh, gut. So, Abfahrt Richtung Würfelpark. Übrigens noch einen erstklassigen Server, wenn du wieder von diesem... Äh, der Herr, was ist dein Server? Oh, oh, guck mal. Guck mal den an. Stopp, stopp, stopp. Hallo. Entschuldigung, der Herr. Ich würde gerne mitfahren. Stopp. Sekunde. Ja, ist ja gut. Ich steige aus. Stopp, stopp, stopp. Lass mich hier. Nimm mich mit, nimm mich mit. Fahr, 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 fahr. Ah, okay, ich steige aus. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Du bist, du bist rückwärts gefahren, du Kek. Nächstes Mal fährst du vorwärts. Guck, wie viele Leute hier noch ankommen. Warum schießen die euch denn jetzt alle an? Ihr habt doch noch gar nichts gemacht. Alter, warum schießen die denn auf euch? Ihr habt doch nichts gemacht. Ey, was für's knallt. Ja, Hilfe. Wir liegen hier überall. Hilfe, Hilfe. Können sie mich hochholen? Bitte. Nein, nein, nein. Können wir alles bezeugen? Gab's nicht. Ja, wir haben auch einen Club. Kein Ding. Ja, wir auch, wir auch. Jetzt hol mich mal zuerst hoch, bitte. Hallo, ich möchte hochgeholt werden. Ich will das jetzt gar nicht weiter klären. Ich will einfach leben. Hilfe. Medic. Medic, schnell. Medic. Medic. Hey, 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 hey. Oh, da habe ich dich wohl gerade auf den Arm genommen. Ups. Ups. Oh, was ist los? Warum legst du dich zu mir? Ups. Jetzt hol mich hoch. Wer? Komm mal her zu mir. Komm mal her, wenn du was willst. Was willst du? Komm mal her. Was hältst du ihn auf? Egal. Tja, scheiße gelaufen. Nicht schlimm. Nächster Server. Oh, weiß RP. Allow-List-Warteraum. Ach nein, es ist halt, ach Mann. Kann ich, äh, kann ich, kann ich bei euch spielen? Na klar kannst du bei uns spielen. Warte mal, warum willst du hier überhaupt dann hin? Ja, weil ich gehört habe, man hat hier Spaß. Ja, was ist denn RDM, was ist denn VDM? Äh, RDM ist, wenn du Leute einfach umschießt. VDM ist, wenn du Leute einfach, äh, umfährst. Was ist Meta? Wenn du Infos von externen Quellen holst. Also, ich wollte hier, bevor du fragst, was ich machen will, ich wollte professioneller VDMer werden. Meinst du das ernst? Nein, natürlich nicht. Hab nur, hab nur einen kleinen Spaß, hab mir nur einen kleinen Spaß erlaubt. Warum so frech, Junge? Halten Sie, wann? Raus jetzt! Sorry, Entschuldigung. Einsatz, Achtung, Einsatz. Ups, Achtung, Achtung, Julian. Ups, Entschuldigung, Julian. Ups, Entschuldigung. Den bleibern oder es knallt. Ah. Du möchtest mit deinem Auto wegfahren und es stehen fünf Leute um dein Auto herum. Ich würde die alle umfahren. Alle umfahren. Alle umfahren. Alle umfahren. Was willst du dann noch so auf dem Server machen? Ah, so ein paar Leute umrotzen, ne? Die frech sind. Auch ein bisschen auf die kleinen Kinder auch so achten? Ja, natürlich. Die kriegen die doppelte Packung. Okay, dann bis jetzt gewidletzt. Super, dankeschön. Okay, Bruder, hau rein, ne? Viel Spaß um den Server, mach keinen Scheiß. Ich doch nicht. So schnell kann's gehen. Professioneller VDM-er. Wir werden eingestellt. Oh. Sag mir, warum all dieses Cash und die Cloud, wenn ich am Ende allein bin? Ach, nein. Nein, nein, nein. Ist einfach verboten. Das ist einfach illegal. Das könnt ihr nicht machen. Die haben ein Meisterwerk genommen und es einfach zu Müll verarbeitet. Nein, ist illegal. Moin, moin, moin. Was geht, Jungs? Sind Sie eine Frau? Ja, natürlich bin ich eine Frau. Warte, wie ist dein Name? Luna. Ui. Wer bist du, Luna? Im Kopf oder? Hier. Hier. Hier ist 20. Im Kopf? Hier ist 30. Tschüss. Morgan. Oh, Morgan. Officer, können Sie mal kurz rauskommen? Moin. Äh, wir haben einen Notfall. Warum? Ein Kumpel von mir liegt in der Gosse. Können Sie gerade mitkommen? Der müsste hochgeholt werden. Können Sie mitkommen? Äh, also hochholen kann ich nicht, aber ich kann jetzt mit dem D fahren. Ja, okay, das geht auch. Ah, Moment, 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 Moment. Da muss ich gerade mal gucken gehen. Da war doch eine Schießerei. Oh, oh. Tschüss, Medic, tschüss. Moin. Aussteigen. Bitte? Aussteigen. Ich probiere es, es geht nicht. Der klemmt irgendwie. Ja, okay, kommen Sie. Wir fahren zusammen. Steigen Sie ein. Ja, wenn Sie weiterfahren, kann ich nicht einsteigen. Ja, sorry, steigen Sie ein. Steigen Sie ein jetzt, los. Sie verarschen mich doch gerade. Entschuldigung, was machen Sie da? Ich bin am VDM-Opfer suchen. Was ist VDM? Oh. Willst du frech sein? Wie er direkt abhaut. Oh, Entschuldigung. Oh, 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 oh. Ich habe keine Waffen. Bevor ich sowas mache, sollte ich mir in Zukunft echt eine Waffe holen. Medic. 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 Halt die Fresse, du Hund. Ach, das ist gar kein Medic. Scheiße. Fahr mich zum MD. Fahr mich zum MD jetzt. Also, ich schaue einen Fail-AP, was du gerade machst. Fail-AP, was ist das? Hallo? Fahrt ihr mich zum MD? Fahrt ihr mich zum MD? Nein, wir verkaufen deine Organe. Dann will ich nicht. Tschüss. Ey, ich muss ins MD. Fährst du mich? Fährst du mich jetzt zum MD? Nein, ich werde... Noch nicht. Der Herr, fahren Sie mich jetzt ins Krankenhaus. Ja, was ist denn VODM, der Herr? Was ist denn VODM? Ah, inspiriert an GVMP, Jungs. Nice. Oh, wo komme ich denn hier hin? Hä? Hä? Äh, Entschuldigung? Entschuldigung, der Herr? Wie sind Sie denn gerade durch die Tür da gefahren? Ja, ich bin da durchgefahren, ne? Wie haben Sie das gemacht? Das geht doch nicht. Sie können doch nicht durch Türen fahren. Doch, ich bin ja Medic. Gucken Sie sich doch mal den Schaden, an den Sie da verursacht haben. Also, ich sehe da nichts. Das ist ein schönes Auto. Darf ich damit eine Runde fahren? Ich bringe ihn auch zurück. Ich parke ihn auch sogar genau hier, an diesem Parkplatz. Ich fahre einmal um den Würfelpark. Dann hole ich meinen Kumpel. Dankeschön. Bis gleich. Ich komme nie wieder. So. Oh, jung ist der schnell. Uiuiui. Ach du Scheiße, der ist ja richtig schnell. Äh, Entschuldigung, brauchen Sie einen Medic? Brauchen Sie einen Medic? Da kommt schon einer. Achtung, da kommt ein Medic. Äh, Entschuldigung. Wissen Sie, was ich damals war auf meiner Insel, wo ich herkomme? Ich war professioneller VDM-er. Achtung! Äh, der lag einfach auf der Straße. Ich wollte ihn gar nicht anfahren. Ich frage nochmal nach, ob es ihm gut geht. Wo liegt er denn? Vorsicht! Sorry. Entschuldigung. Tut mir wirklich leid. Okay? Sag mal, außer jetzt gehen wir jetzt mal auf den Verbandskasten. Ja, mache ich sofort. Medic. 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 Ich brauche ein Pflaster. Können Sie mir das bitte geben? Medic. Medic. Nein. Halt. Ich will ein Pflaster. Jetzt. Jetzt. Hier. Sofort. Aussteigen. Medic. Aussteigen oder es knallt. Dankeschön. Tschüss. Haben die Supporter eigentlich alle durchgewunken? Oder seid ihr legit hier auf den Server gekommen? Stopp. Warten Sie doch. Hallo. Stopp. Entschuldigung. Hallo. Ja. Ja. Warum hast du denn du ein Medicfahrzeug geklappt? Erzähl mal. Der wurde überfallen und dann wollte ich dem das Auto sichern. Ja, ja. Da waren noch diese drei mit den schwarzen Autos. Die haben gesagt, stehen bleiben oder es knallt. Aussteigen und es knallt. Nee, sorry. Wusste ich nicht. Ich bin dann einfach... Ja, ich bin nur eingestiegen und wollte ihm das gleich zurückbringen. Deswegen war ich ja wieder auf dem Rückweg. Tut mir leid. Ich will das nicht nochmal sehen, ja? Bitte nicht bannen, okay? Äh, einen Moment. Wer war das? Wer war das? Das wird noch zum Running Gag bei mir. Einfach den Admin umfahren. Ach, da steht der Admin. Äh, was war denn hier? Was ist denn jetzt passiert? Ey, komm mal mit. Hier, du im Weißen. Komm mal mit. Komm mal mit. Fahr nochmal. Fahr mal bitte vor den Admin rein. Hallo? Herr Power Ranger. Äh, Herr Power Ranger. Ich habe da noch eine wichtige Frage. Können Sie mich mal angucken? Ja. Äh, kennen Sie eigentlich Lick? Was? Lick Mahoden. Ja, ich weiß. Das war so klar. Das war so klar. Ey, ich habe es eigentlich nicht probiert. Aber es war so klar. Ich bin Polizist. Hä, was ist denn jetzt? Wer sind Sie? Ich bin Supporter. Ich will mal kurz erzählen. Das ist aber ein komischer Name. Ich bin der Herr Winkler. Wie kann ich helfen? Doch, Winkler. Welche ID haben Sie? Was ist denn eine ID? Ich gebe Ihnen gleich einfach mal schnell einen Ausdruck. Okay, mach mal. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich glaube, der hat den Falschen erwischt. Bannen Sie mich jetzt. Bannen. Bannen Sie mich jetzt. Äh, der Herr. Hallo. Bannen Sie mich jetzt. Hallo. Bannen Sie. Bannen Sie mich jetzt. Hallo. Herr Supporter. Bannen Sie mich. Hallo. Medik. 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 Äh, Herr Supporter. Bannen Sie mich jetzt. Medik. 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 Hallo. Medik. Herr Supporter. Herr Supporter. Supporter. Das ist ein Suppenfall. Helfen Sie mir bitte hoch. Medik. 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 Ach, geht doch. Wo war denn das Problem? Ach, vielen Dank. Wer ist denn hier der Supporter, der mich bannen möchte? Hallo. Wo ist denn der Supporter? Ich warte. Das wäre sehr schade, wenn er plötzlich ein Auto... Bitte nicht bannen. Entschuldigung. Nein, nicht bannen, Support. Entschuldigung. Sorry. Auf zum nächsten Server. Nation V. Salty Chat. The thing goes gra. Gehen Sie weg? Geh, machen Sie einen Abgang. Das ist mein Fahrzeug. Miau. Oh Gott, das ist es nicht... Das würde nicht gut ausgehen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Hallo, stopp. Breakcheck. Können wir uns bitte alle benehmen? VDM? Nein, das macht hier keiner. Wir werden so schnell hier wieder runterfliegen. Äh, Herr Porsche Fahrer. Hallo. Hallo, Porsche. Porsche. Ey, aussteigen oder es knallt. 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 Ah. Wollen wir das mal vor dem PD machen? Ey, Jungs. Jungs, 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 Jungs. Wir machen das jetzt beim PD, okay? Hallo, Herr Officer. 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 Hey, 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 hey. Nicht so frech, Herr Officer. Nicht so frech. Ja, helfen Sie mir. Hey, wer bist du? Ich hab dir grad das Leben gerettet. Du hast festgenommen. Ich hab dir grad die Eier gerettet. Ey, warte. Steck mal kurz raus, ey. Nein, nein, nein. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich steck doch nicht aus. Ja, wo fährst du hin? Ich fahr in die Freiheit. So, steck mal aus. Ja, geht ja nicht. Doch, geht. Raus jetzt. Nein. Fahrzeug, du hast abgeschlossen. Steig aus jetzt, komm. Egal, es geht nicht. Vielleicht meine Muskeln sind die Kacken. Ich kann nicht raus. Ja, ich hab keinen Schlüssel. Was machen wir denn jetzt? Der Wagen ist abgeschlossen. Ich komm jetzt nicht mehr rein. Sehen Sie? Das heißt, sie sitzen jetzt fest. Tschüss. Mach's gut. Ei, 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 ei. Hallo. Raus. Das ist ja so viel einfacher, wenn der Server dir gleich so ein Werk zieht. Dann kann man einen Fall hier drüber. Server? Der Herr. Was ist denn dein Server? Ja, wir warten kurz auf Verstärkung, würde ich sagen. Wir sammeln uns mal alle hier. Dann warten wir mal kurz fünf Minuten. Hallo. Das ist okay. Nein, das ist in Ordnung. Wir begrüßen uns alle so. Oh, da kommen sie noch. Da kommen noch mehr. Und jetzt ab zum PD. PD. Das PD wird jetzt gestürmt. Wir nehmen es jetzt ein. Das ist unser PD. Hallo? 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 Stopp. Stopp. Hallo? Stopp. Stopp. Äh, der Herr. Warum werden hier Leute umgeschossen? Mit die VDM? Was ist das denn? Was ist denn ein VDM? Ach, Mann. Ach, nein. Nicht schon wieder. Ich will nicht. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Diese Musik ist einfach falsch. Die haben hier. Das hier müssen die machen. Das ist schon viel besser. Viel besser. Achtung. Hast du damals Wii Sports gehabt? Und Bowling gespielt? Guck mal hinter uns. Da stehen noch ein paar Kegel. Oh, Achtung. Oh, ein schöner Strike. Ein schöner Strike. Ups. Ey, was machst du das auch? Du kannst doch nicht einfach Leute überfahren. Jetzt Richtung PD, bitte. Ab was? Wir kommen jetzt alle zum PD und wir sagen alle, wir wollen uns bewerben. Moin. Ich wollte mich bewerben. Sie auch. Moin, Jungs. Was geht? Was geht? Wir wollen uns bewerben beim PD. Officer. Officer. Hallo. Officer. Officer. Hallo. Bewerber. Officer. Wir möchten uns bewerben. Officer. Hallo. Wir möchten uns bewerben. Officer. Officer. Hallo. Officer. Ja, guck mal, wie du aussiehst. Du hast es auch hier reingeschafft. Das wäre ja schrecklich, wenn man hier eine Möglichkeit hätte, ins PD zu kommen. Einfach so. Hä? Hä? Hallo, Officer. Officer. Was soll das? Officer. Hilfe. Officer. Wir möchten uns bewerben. Officer. Hilfe. Ich brauche einen Medic. Jungs, wenn ihr euch rückwärts an die Wand stellt und Zahnbath 2. Als Emote macht. Und den dann abbrecht. Dann könnt ihr hier rein. Hä? Hallo. Hallo. Was sind sie für ein PDler? Was sind sie für ein Drecksbeamter? Was soll denn das? Officer, knallen sie hier gerade einfach die Leute weg vom PD? Was ist das? Der hat die Tür aufgelassen. Der hat die Tür offen gelassen. Der hat die Tür offen gelassen. Atmen. 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 Der hat die Tür offen gelassen. Der lügt. Atmen. Atmen. Der lügt. Der hat die Tür aufgemacht. Der hat die Tür aufgemacht. Der lügt. Oh mein Gott. So schlecht. So ein schlechter PDler. So ein schlechter PDler. Einfach am Lügen. Oh mein Gott. So schlecht. So ein schlechter PDler. Oh mein Gott. Atmen. 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 Ich glaube, da muss ich nachhelfen. Wohnen. Hallo, ich brauche ein Revive. Immer noch. Ach, vielen Dank. Was willst du? Jungs, hört mir mal bitte alle zu erzählen. Eine Frage. Ich, ja. Darf ich dich einmal auf den Arm nehmen? Gut. Tschüss. Mach dir bitte. Mach dir bitte schönes RP. Schönes RP. 5M ohne Whitelist. Schönes RP. Du hast wohl nicht mal alle Latten am Zaun. Synergy. 120K Startgeld. Salty Chat. TS. Synergy-RP.de Liebe Grüße hier vom Schneiden. Einige Leute aus dem Team von diesem Synergy Server fanden das gar nicht so lustig, dass wir da ein bisschen Spaß hatten bei denen. Die haben dann einige ganz, ganz komische und bedenkliche Sachen in meinen Twitch-Chat geschrieben und einer von denen hat mich auch noch privat angeschrieben. Ich lese es euch gar nicht vor. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, dann pausiert einfach kurz das Video. Aber, Digga, es ist nur ein Spiel. Wie kann man so salzig sein, weil ich ein paar Leute in einem Online-Videospiel umfahre? Da, ihr seid doch irgendwie geistig zurückgeblieben, kann das sein? Also, ich glaube, wenn ihr Bock habt, da zu spielen, fragt auf jeden Fall nach Cookie. Der führt sehr, sehr unterhaltsame und bodenständige Einreisegespräche. Also, habe ich gehört. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich finde das so gut. Ah, ich bin die Treppe runterge... Hä? Was? Hä? Achtung, hier ist rutschig. Um Gottes Willen, guckt euch die Lichter an. Guck, wie viele das sind. Nee, wir nehmen erst das PD ein. Zwölf Sekunden später. Machen Sie die Musik aus. Herr Winkler. Was passiert? Herr Officer, bitte nehmen Sie mich mit. Bitte. Bitte, mach auf, mach auf, mach auf. Lass mich mitfahren. Bitte, schnell, nur ich. Fahr, fahr, fahr. Fahr rein, fahr, fahr, fahr. Ja, fahren Sie. Oh, nicht so laut. Fahr, 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 fahr weg, fahr weg. Hey, 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 stopp. Stopp, nimm mich mit. Auf den Karren. Fahr, 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 weg, weg. Weg, 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 weiß ich nicht. Oh, shit. Oh, Alter. Ich war das nicht. Ja, was, weiß ich nicht. Das sind alles Fanboys. Fanboys? Ja, der eine will seinen Finger in meinen Popo stecken. Ich hab dich ausgebildet. Was, ihr habt mich ausgebildet? Nein, ausgesucht. Ausgesucht? Wir müssen uns verletzen. Wir brauchen dich. Krieg ich eine Waffe? Gib mir meine Waffe. Warte mal, ich brauche die aus. Schneebleiben. Tschüss, bye, bye. Versammlung vorm PD. Versammlung vorm PD. Komm, steig ein, wir fahren. Steig ein. Warte, 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 warte. Mach doch. Können Sie den Toten mal hochheben? Dann fahren wir zum MD. Wie, Sie können den nicht nehmen? So, sehen Sie doch, dass das geht. Einsteigen jetzt. Da war ein Radfahrer auf der Autobahn. Wirklich? Wo? Der ist gerade links hoch. Wo ist der link? Da, ich seh ihn. Er bringt gleich. Fahrräder auf der Autobahn sind doch verboten, soweit ich weiß. Hallo, ist hier ein Medic? Ich glaube, ich muss mal nachfragen. Medic! Ich versuche gerade einen Medic zu kontaktieren. Seht ihr doch, oder? Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Wir lassen es jetzt einfach hier liegen. Tschüss. Und wir sind wieder gebannt. Ja, nee, GPRP. GPRP, Jungs. Hallo? Es ist jetzt unsere Insel. Äh, oh. Ey, stopp. Stopp, 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 stopp. Nein, nicht hier. Herr Power Ranger, gibt es hier ein Problem? Herr Winkler. Herr Winkler. Nein. Tschüss. Ich gehe jetzt das Einreisegespräch führen. Stopp. Darf ich damit zum Einreisegespräch fahren? Au, was wollen Sie da? Ich fahre jetzt Einreise machen. Tschüss. Ich gehe jetzt einreisen. So. Warum fährst du hier mit einem Auto? Das stand doch da. Das stand da. Haben Sie doch gesehen. So, ich gehe jetzt einreisen. Tschüss. Wer hat das Auto gespawnt von euch? Wer war das? Wer ist der Modder? Was ist das für dein Höchstgut? Meine Twitch-Donations. In welchen Situationen musst du das Auto verlassen? Wenn es brennt. Wie viel reichen das war? Drei. Darfst du als CV-Dienstbeschleidung anziehen? Nein. Wer macht denn sowas? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich habe sie nur gerade auf den Arm genommen. Ja, super. Gut gemacht. Du darfst einreisen. Bitte nicht bannen. Gut. Dann gehen wir mal einreisen, ne? Schade. Er hat mich doch gebannt. Einreisen nicht bestanden. Oh, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Wie kann das passieren?